Hey Leute, hier ist er wieder! Heute mit dem Level von... Zifzi Robswing Nr. 1 Mit bei Zifzi Jonas Hallo Jonas Das ist gerade nicht nach den GLP-TV-Leveln sortiert, sondern einfach nach Today und Am meisten gespielt Nein! Oh Scheiße Und ich komme mal direkt zum Thema Und zwar ist mir heute etwas ganz doof, wie es passiert Ich hatte... Ich ziehe das einfach mal vor Denn dann hören es auch ganz viele Folgt mir unbedingt bei Twitter Wenn ich irgendwann mal im Krankenhaus landen sollte Was sich unwahrscheinlich ist Oder ich irgendwie kein Internet habe Oder irgendwas anderes schlimme passiert Der Kanal gelöscht wird Ihr erfahrt das wahrscheinlich Zuallererst auf Twitter So, und jetzt erzähle ich Okay, wenn Internet fehlt Kann man natürlich nicht auf Twitter schreiben Aber meistens habe ich dann halt noch Internet am Telefon Das ist ja separat Und... Hä, das war schon? Es ist relativ unwahrscheinlich, dass Beide Internetquellen eben Ausfallen Vilerex Mix Ja, da gehen wir rein Ja, und zwar, äh... Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen Ja, geil, was ist das? Oh, nee, nein! Ja, ich geh nochmal zurück Äh, heute morgen um 10.30 Uhr bin ich aufgewacht Geil Äh, Scheiße Und hab gesehen... Oh! Ich hab kein Internet am Handy Und, äh... Dann hab ich halt am PC nachgeguckt Da hatte ich auch kein Internet Bin dann zum... Ach, was soll das denn? Bin dann zum Router gelatscht Und musste einfach feststellen, dass... Hä? Wie soll ich denn... Ich brems mal Oh, Scheiße Ja, ja, ja Warte, warte, warte Ich musste dann feststellen, dass der Router komplett deaktiviert ist Einfach komplett aus Der... Keine Ahnung, wie das sein kann Ob der jetzt am Netzteil lag oder... Danke Am Router selber Wirklich kein Plan Ich hab's auch komplett umgesteckt Eine ganz andere Leiste Sogar noch in einem Nebenraum Daran geht's auch nicht Der Router ist einfach kaputt gegangen Ohne Grund Und... Ja, dann... Äh... Hab ich... Nein! Oh, fuck! Zwei Stunden meine... Meine, 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 meine... Kundennummer gesucht Meine... Telekom-Kundennummer Damit ich... Mich halt auch... Bei den Leuten melden kann Und sagen kann Hier, das bin ich Ja, dann hat sich herausgestellt Dass hier in der Nähe noch ein Telekom-Laden ist Da bin ich dann hingelatscht Nachdem ich zwei Stunden sortiert habe Und dann habe ich dafür, ich glaube... 130 Euro Einen... Neuen Router gekauft Denn der vorherige war einfach nur angemietet Gerade weil der so teuer ist wahrscheinlich Ähm... Und ich sonst hätte nochmal zwei, drei Tage... Danke... Länger warten müssen Und da ich... In der Zeit hätte nichts hochladen können Wolle ich das halt... Von vornherein nicht Dachte ich mir... Okay, investiere ich da Geld Kann ich ja auch von den Steuern absetzen Äh... Scheiße, geh weg, alter Mann Ja... Und dann hatte ich das... Äh... Gerät halt... Ne, Moment... Dann bin ich... Noch zu meinem... Ach man... Zu meiner Tante gefahren Um da halt... Äh... Eine E-Mail zu checken Die ich... Bekommen sollte Der Telekom Mitarbeiter Wollte mir nämlich ein Passwort geben Und eine Zugang... Äh... Zugangsnummern Und... Und das... Äh... Dann halt per SMS Und per E-Mail Die SMS kam an Beim... Äh... Zweiten Versuch Die E-Mail allerdings nie Äh... Dann habe ich es dann nochmal probiert Ein drittes Mal mit dem Mitarbeiter Immer mit einem separaten Und... Äh... Ja... Das kam dann halt nie an Beim letzten Mal kam einfach gar nichts mehr an Auch keine... SMS oder so Und dann hatte ich... Äh... Bin ich halt nach Hause gelatscht Hab den Router angeschlossen Und dann brauchte ich halt... Ich war mir nicht sicher Ob ich die Daten wirklich brauchte Äh... Dann stand es eben fest Weil ich bei dem Eingabefenster war Dass ich sie wirklich benutzen muss Ähm... Ja... Hab das Ganze dann eben... Nochmal weitergeleitet An die Telekom Per Twitter Und... Äh... Es hatte sich halt vorher noch rausgestellt Dass man nur dreimal am Tag Diese Daten... Äh... Beantragen kann Und da die halt dreimal nicht kamen Warum auch immer Keine Ahnung was die da Falsch gemacht haben Oder was dann System verkehrt war Okay ich lebe noch Äh... Cora Geh weg von mir Ach Scheiße Geh weg Ja auf jeden Fall gab es dann eine 24 Stunden Sperre Weil es dreimal beantragt wurde Bei Twitter habe ich da ein bisschen Tumult gemacht Ach Scheiße Dann haben die sich bei mir gemeldet Und... Das dann aus Versehen nochmal beantragt Das letzte Mal war es irgendwie um 13 Uhr Äh... Dass es halt beantragt wurde Sprich die Sperre wäre am nächsten Tag 13 Uhr halt aufgelöst worden Okay Sinnvolles Level Und... Dadurch dass er dann halt nochmal beantragt hatte Um 17, 18 Uhr Gab es diese Sperre eben nochmal Nur halt nochmal aufgefrischt Bedeutet im Endeffekt Ich hätte dann bis äh... 17 Uhr warten müssen Bis... Also am nächsten Tag 17 Uhr Bis ich das Ganze dann nochmal beantragen kann Sofern es denn dann auch funktioniert hätte Das weiß ich ja gar nicht Ja... Oh... Hä? Oh... Da bin ich aus dem Drauf gekommen Dann... Äh... Hatten sich irgendwie... Hatte sich eine halbe Stunde Nachdem ich das erfahren hatte Und ich denke... Ja... Ich... Jegliche Hoffnung aufgegeben Hatte halt nochmal einen Mitarbeiter gemeldet Der meinte dann okay Und wir können dir eventuell ein spezielles Passwort geben Was nach 30 Tagen die Gültigkeit verliert Und... Ja... Dann hab ich halt gewartet 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 Es kam einfach nicht Zwei Stunden später kam es dann doch Und deswegen Haben wir jetzt im Endeffekt Das Glück Dass ich hier diesen Paar noch aufnehmen kann Und... Nä... Ja... Hä? Ah, er ist kaputt. Das war dann wohl der Sound. Und dadurch haben wir jetzt halt das Glück, dass ich das Ganze hier noch aufnehme und wahrscheinlich dann gleich auch noch hochladen kann. Das kommt dann wahrscheinlich ein bisschen spät, um 20.30 Uhr oder so. Aber besser spät als nie. Ich habe vorproduziert, nur äh, halt nicht für 18.30 Uhr. Ich habe bestimmt 10 Videos noch für 16.30 Uhr. Aber ich kann nichts für 18.30 Uhr und deswegen, das ist ein bisschen doof. Ich muss aber auch sagen, dass ich den, äh, den Reiz am vorproduzieren ziemlich verloren habe. Denn wenn man Videos, sagen wir mal, 3-4 Tage vorher hochlädt und dann sagt, okay, schaltet mal bitte in 3-4 Tagen, äh, äh, frei, dann werden die einfach viel schlechter gelistet, als jetzt ein Video, was gerade im Freigeschaltet wurde. Dementsprechend, weiß ich nicht, habe ich da nicht mehr so den Anreiz, das Ganze zu, äh, vorher einzustellen. Alter! Ach, Mann! Wie soll ich denn da reinkommen? Fuck, ey! Wenn sowas ist, Leute, wenn ich irgendwie, äh, Hilfe bei Twitter brauche, also irgendwie ein Hashtag verbreiten oder irgendwas retweeten, dann seid bitte so nett und macht das auch, äh, denn das kann enorm helfen, ans Ziel zu kommen. Also wenn jetzt irgendwie eine Firma irgendwas gemacht hat oder so und ich dann auf eure Hilfe angewiesen bin, desto mehr mitmachen, äh, je mehr mitmachen, desto besser eben. Das macht dich siegen. Äh, warte mal, was nehmen wir jetzt? Kill Justin Bieber! Yeah! Das mache ich. Das mache ich. Jetzt kann ich Justin Bieber auch ins Tunnel packen. Bringt mir wahrscheinlich gar nichts, aber geil. Aber geil. Ja. Formula 1 Test Drive. Okay. Wir nehmen die Frau. Ah, cool! Total Jerkface. Das ist die beste Verlust. So fahre ich übrigens auch immer. Alter! Warte mal, schaue ich das nochmal? Hallo! Ja! Komm! Nee! Ja, obwohl doch, doch genauso cool wie beim letzten Mal. Äh! Hm, Moment! Ah! Einfach den Helm auf. Reicht das nicht schon? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yeah! Toll. Ich habe meinen Helm verloren. Ja, aber es ist auf jeden Fall machbar, das Ganze zu überleben. Hä? Habe ich das gerade gar nicht... Ah doch, habe ich wohl. Ich bin nicht. War nur so schnell vorbei, dass ich, äh, das Ganze wieder verdrängt habe. Hä? What the fuck? Äh! Das war das cool. Nein, 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 nein! Oh, fuck. Halt dich einfach fest. Halt dich einfach fest. Bisschen weiter nach oben. Da, fein. Da. So lange ich schaff, ist alles okay. Real glitch. Okay. Oh! Ja, genau, ey. Das ist so behindert. Don't move, Mastaker. Oh, das tut mir leid. Ah, nee. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach so, äh, zum... Bezüglich des, äh, des Parts mit meiner Mutter. Der wird eventuell echt ein bisschen früher kommen, als ich jetzt gedacht hätte. Denn die ist ja gerade weg und eventuell geht das schon am Donnerstag oder so. Müssen wir mal gucken. Kann ich aber auch nicht versprechen, Leute. Oh! Green Swat Froh! Oh, ja, das mag ich. Oh, ja, ich töte euch alle. Immer alle... Pfft mal euch. Puscht mal auf, Leute. Puscht mal auf. Immer alle... Putsch. Nein! Ja! Ja! Ich hab's geschafft. So, aber... hier nehmen wir auch direkt nochmal das andere. Äh, so. Hey! Nein! Ich bin tot. Ja, geil. Aber so ein Domino-Effekt wär eigentlich cool. Okay, zwei. Ist auf jeden Fall akzeptabel. Ach, scheiße. Ja! In die Gebärmutter rein! Ach, fuck. Ich bin tot. Und ich glaube, man könnte es sogar schaffen, äh, hier rauszukommen. Müssen wir gleich mal probieren. Ja, ich bin so gut, ich bin der Beste. Nein, nicht beide. Nicht beide. Ich brauch noch... Einen separat. Ja, danke. Ach, fuck, man. Ich hab eigentlich schon zu viele Schwerter und ich schaff es einfach nicht. Komm, Schwertfalle runter. Ja! Ach, okay, okay. Alle Schwerter weg. Ja! Und dann wollen wir uns mal... rausziehen. Hallo? Geht das? Komm! Ja, ja, ja. Schaff's hat. Ja, richtigen Winkel. Komm schon. Komm schon. Ja, bitte. Nee, die Knie, brech die dir doch einfach. Och, Mann. Komm. Ja, ich bin wieder drin. Okay, geht nicht. Geht wahrscheinlich schon, aber ich bin jetzt gerade irgendwie zu doof. Und dann... Ha, soll ich mir vielleicht mal die Nase putzen? Don't move killed old man. Gehen wir das, Lugge? Warum? Ich denke mal, das... was? Hey, hallo. Der lebt doch noch. Geht's doch noch gut, oder? Ich... Egal, ich geh weg. Tschüss. Ja! Ach, fuck. So... Obstakel-Kurs. Ja, das... Das machen wir. Botrun! Ja! Last break! Ja! Komm schon! Komm schon! Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das jetzt. Oh, nee, oh, nee, 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 oh, nee. Ah, fuck! Vor allem, hä? Ich bin einfach nach oben geschleudert. Okay. Ja, geil. Das ist optimal zum Weiterfahren. Wollte ich das irgendwie loswerden? Nee, ich bin tot. Das zieht mich einfach her. Ah! Die! Ich... Ich bin's losgeworden. Äh, 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 cool. Timmy ist auch tot. Schade. Richtig schade. Nein! Ja! Geblockt. Ein Pfeil im Rücken. Und Glas im Hals. Aber sonst geht's mir noch gut. Komm, geh weg. Ja, komm, bitte. Bitte. Lass mich einfach. Lass mich einfach. Oh, oh. Also, sofern er jetzt gleich noch irgendwie, ähm, Robeswing kommt, könnte ein bisschen kritisch werden. Aber ich könnte das vielleicht mit, boah, ich könnte das vielleicht mit Timmy beenden. Alter! Hallo! Ah! Ja, genau. Einfach mal mit dem Kopf gehen. Warum auch nicht? Ach, Mann. Warum haupt man denn sowas ein? Ja, 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 ja. Ja! Ja! Gut, gut, gut. Das war's, glaub ich. Ja. Ja! Alter! Hä? Okay. Keine Ahnung, was da gerade stand. Vielleicht hätte ich das jetzt noch schaffen können. Kein Plan. Vielleicht endet es da ja auch. Wer weiß das schon? Äh, ich weiß es nicht. Gut. Das war jetzt zwar ein Laber-Part, aber heute ist auch viel passiert. Folgt mir auf Twitter, Leute. Bewertet den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Guckt in die Videobeschreibung. Da ist Twitter, Facebook und die Playlist zu dem Projekt hier. Tschüss, Leute. Bis morgen. Bis dann. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.